Lionel 快 tu dass sollten 때沖stein anißen Beressen lots und Genossen для Invasion 19 sie als das Paddler vor petite fahrholt Cloud ja da das in Freitag als Prüfung der Mitglieder die vollsten Abkommen den nicht nebenbei langallem so was aufnehmen gesellen uns jetzt wie derőlits Und aus demnach weiß es meine Folge mal aktuell, ich meine, auf den Videos wird eh nie was kommentiert, also ist das eigentlich auch relativ flotte. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think he was a lunatic. What you mean you don't know yet? Okay. You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Huh. Hey. 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 Stamm, 2, 2, 2, 2. Schuss in Rauf, Rye turn. Das wird bei der Zwischenzeit. Lass uns die Rhebbeinwäst. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Okay, Season, that's enough fun. Let's get these cars back to the garage. Okay, CT. Hey, I know a quick route. Can we think about getting back before I end up in a car wreck barbecue? Sure thing, Juan. I think we lost them. Dang! There's a shortcut this way. Charlie! Uh-oh, more cops. Hey, back up, Juan. Back up, back up! Yeah. Yeah. Okay. Okay, let's go get those cars. Okay Okay, let's go get those wheels I like this place, you know, wait San Piero man My home will always be the Marios and El Corona, but this city it has something gentle about it Yeah, I know what you mean Kendall seems to like it, too. No. Oh, yeah She's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brains of the family She should get out together will make some of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this truth guy Holmes? I don't think he's wrapped too tight He just sees everything from a different perspective. That's all at first I thought he was just another acid casualty fruitcake some of the things he say. I don't know man. It ain't all bullshit Hey, you're gonna become an alien hunter Holmes. I'll take a rain check on that This is it CJ Ah you a maniac essay Yeah Yeah reading you loud and clear Come on CJ, see if you can keep up with Cesar Biel's Bible Beat the tram up the hill Beat the tram up the hill Beat some chocolate cake Woo This tram driver must be shitting yourself Holmes Fuck you man Fuck you man Hello cop What took you eh? You want your mind moron? Woo Hey CJ watch this NICRO Make crew I'll be down the hill Hold I'll be down the hill I'll be down the hill Okay, C-Z, das ist genug Spaß. Los geht's diese Fahrzeuge nach der Garage. Okay, C-Z, hey, ich weiß, kurz, Rube. Hallo, Katz. Was, Backe, Idiotas? Get out of the fucking Rube! Holy shit! Fuck, Rube, did you see that? Can we think about getting back before I end up in a car wreck barbecue? Good thing, Holt. Oh, man, I'm so sorry. There's a shortcut this way. Uh-oh, oh, crap. Hey, back up, Holt. Back up, back up. Okay, well, good. See you back at the garage, DJ. And what sacrifice start is? Okay, I can't afford to make a lot of� Greenspan. I got one time to my ass, man. I got one time to my ass, man. da die letzte Mission hier heilige Scheisse so weiter gut Customs fast Tricks gehen da We're almost livin' a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms? Sweet? Smoke? I just can't let that go. I know. So what we gonna do about sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer. Okay? Okay, but be careful. We ain't tryin' to lose you again. That's right, sis. Good lookin' out. Hey, Carl! I gotta rap to you, Moms. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The shit's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Oh, I'm up to it, Moms. I'm stressed out. I'm in trouble. How are we gonna steal a car from container ship, Moms? You know, the same way they got on. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders, and I'm afraid of heights. Okay, I'll use the crane. You better be ready to crack the container. That's the ship, CJ. Okay, I'll go sort out the crane. Give me a second. Well, be quick. I don't wanna be guts. Caesar! None of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? Yeah. Not this one, CJ! Okay. Oh, let's have a nice little time. Maybe we'll need to stay. Oh, bloody hell too. Oh, bloody hell too. What is this, James? Oh, no, it's still bad right. Oh, no, it's so good. Oh, no, it's still good. Oh, no, it's still good right. That's all so good. Oh, no! Oh, no, it's still too good. No luck, CJ. Okay, try another! Der ist auch nicht, okay. Der wird wohl der letzte sein, aber wie ist das wohl? Wie könnte es der sein mit ihm? Oh? Der ist auch nicht. Der ist auch nicht. Hoppala, ich habe ein bisschen CZ. Okay, CJ! This is the one! Good work, Hobbes! Hübscher Wagen. What do you think you're doing? CJ! I can do with some help! Hey! Hold it right there! I can do with your little help, CJ! Don't be an idiot! Stay right there, you thieving bastard! Let's just get the car and get out of here! Yeah. Find it y'all. It's gotta be an easier way to earn a living than this! Sure, Hobbes! I guess! But what else you qualified for? I can do it! I can do it! I can do it! I can do it! Hey, Holmes! That was fun! We should do it again! Ach ja, das gab's ja auch noch! Ah, schön! Ich hab' uns Fahrzeuge importieren lassen! Gute Fahrzeuge! Teure Fahrzeuge! Ah, okay! Ich hab' mich doch nicht einverstanden! Egal! Puncture Wands! So, die letzte Mission davon! Und dann haben wir dieses auch erreicht! Und wir sind ein bisschen überlängert! Hey, man! Where you been? I tricked one of the cars on our shopping list! But the crazy bitch, she drives like the devil! I've been following her for hours, but she stops for nothing! You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us! I swear she's playing with me! Dude, calm down! If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly! We gotta find a way to stop her or slow her down! Too bad we can't involve the police! Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail! For being a danger to my sanity! You know what? I think I got an idea! I'm gonna get a product attack! I'm gonna get a product attack! And then we're trying to get the evils in. It's the first time to get the evils out! We can't get a test! Let's test them out! Let's test them out! Let's test them out! Let's test them out! Oh, they're bad! No, they're bad! Serious! Ich muss wieder stehen. Ich weiß nicht, dass ich mein Auto habe. Das war's für heute. Ja, das ist... Das Auto sieht fast wie neu er ist, ich kochen hier nicht. Hier muss noch mal zur Painspray. Ja, noch ein bisschen... ...mein Geld... Wieso kann ich von der Moment... Ja, da ist mein Geld Latte leistet wie da man hat. Aber auch nicht schon. Ich meine, das ist nicht wie ein Rutsch, also wenn man Geld en masse hat... Aber jetzt reicht es auch noch nicht drauf. Ich bin zu viel davon. So... So... Einfach nur in die Atmosphäre noch mit jedem Peppchen. Warum willst du... Fahrer nach einer Autobahn? Das ergibt keinen Sinn! Das ergibt gar... Das ergibt doch gar keinen Sinn! Ich versteh das nicht. Warum machen wir das so? Waaah! Das ist Wahnsinns! Da fahr ich als Geisterfahrer sicherer als mit diesem Truck und einer Fahrer. Das ist nicht so schlimm! Das ist nicht so schlimm! Das war ja gar nicht so schlimm! Nein! Nein! Wooh! Das war knapp. Das war wirklich knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht mehr aussehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unternehmen erworben. Egal. Naja. Insofern. Naja. Aja. Maptes war ja nicht mit Android Maptes war mit Karte. Genau. Genau, ich möchte nur mal gucken, ob wir hier irgendwo noch irgendein Gewerbe haben, das wir kaufen können. Sonst sehe ich hier nur grüne Häuser. Aber eigentlich müsste ich ja die ganzen Gewerbe freigeschaltet haben jetzt. Ah, auf jeden Fall haben wir da eine Schule, da eine Schule, da unten haben wir eine Schule und hier haben wir auch eine Schule. Das ist Bootsschule, das ist Motorradschule und das ist halt Autoschule. Da haben wir zwei abgeschlossen und es müssen wir noch die machen und die müssen wir auch noch machen. Und Blau Bukunsel zentralala la und p Reagan. So, dann. Schön frage da abends. Tschüss. Move, yo.